Liebe Freunde, hier ist euer Steinwall. Wir sind inzwischen im Zentrum von Lok Muin angekommen und ich denke, wir werden uns erstmal ein Bild machen von all den Dingen und Leuten hier, die sich hier befinden, bevor wir dann wirklich auf die Suche uns machen nach den verschiedenen Zauberinnen. So, hinter uns, äh, von wo sind wir denn mal gekommen? Wir sind von hier gekommen, wenn ich mich recht entsinne. Jawohl. Hast du noch irgendwas erzählt? Ja, der bin ich. Okay, also da geht's in den Zaubererturm, das werden wir sicher auch machen, aber noch nicht. Ach, ist das nicht ein wunderbarer Tag? Deine Existenz beleidigt die Götter. Okay, was für unterschiedliche Aussagen. Hier an der Ecke, das sind angeblich Händler, sehen aber irgendwie nicht so aus. Wir sprechen mal mit denen. Der starke Numa. Was willst du hier? Ah, okay. Bist du der starke Numa? Und du? Jemand, der wissen will, ob man dich zu Recht so nennt. Dann komm in den Zirkus und guck dir an, wie ich Eisenketten zerreiße. Du klopfst doch nur Sprüche. Du beleidigst den starken Numa? Geld her. Los geht's. Ah, Abendrücken. Ist das der, von dem uns in Bergen erzählt wurde? 100? Mua? Wir haben schon einmal verloren, nennet ihr euch? Insofern lassen wir es mal bei den 100. Ich will jetzt hier nichts unnötig riskieren. Ich war schon immer neugierig. So, dann mal gucken, wie gut er wirklich ist. Oh mein Gott! Oh mein Gott, wie soll ich das gewinnen? Okay, wow. Das, das sehe ich nicht. Es heißt immer, Hexer wären kräftig. Aber im Zirkus könntest du höchstens dem Clown in den Hintern reden. Ja, das glaube ich auch. Hm. Haben wir irgendwelche Indizien, dass er betrogen hat? Ich weiß nicht, aber es war so unfassbar unschaffbar. Aber wir machen jetzt mal hier keinen auf schlechten Verlierer. Finde den Grund für die außergewöhnliche Kraft des starken Numa. Aha. Okay. Vielleicht fragen wir ihn mal. Lass mich raten. Das ist der starke Numa und ich bin sein Schüler. Jetzt hast du mir den Spaß verdorben. Der starke Numa bricht Stier in den Hals, verbiegt Eisenstäbe und besiegt jeden. Numa. Sein Geheimnis sind Pilze und Kräuter aus Elander. Sie werden in der Morgendämmerung von jungfräulichen Priesterinnen gesammelt. Du kriegst sie jetzt zu einem sehr anständigen Preis. Aha. Das ist also das Geschäftsmodell. Irgendwas stimmt da nicht, ne? Okay, also man kann hier irgendwie Zeug kaufen. Hier gibt es Grünschimmel. Ich fasse es nicht. Danach habe ich ewig gesucht. Und hier gibt es das. Aber die Frage ist, gibt es noch eine Magierin, die uns da helfen kann? Philippa scheint ja jetzt unpässlich zu sein und Triss auch irgendwie. Aber sicherheitshalber kaufe ich das Ganze mal. Ich kaufe gleich zwei. Man weiß nie. Hat er möglicherweise... Oh, das gibt es ja nicht noch. Brandung, Öl. Ja, gut, das Übliche. Ähm, aber hat er möglicherweise... Und hier gibt es auch Wolfs-Aloé. Ich kann es nicht glauben. Na gut, jetzt haben wir alles, um das zu entfernen. Jetzt fehlt nur noch jemand, der das kann. Ja, aber wie kriegen wir raus, warum der Typ so stark ist? Wir könnten natürlich nochmal verlieren und ihn provozieren und zu sagen, dass er betrügt. Hm. Hm. Was willst du hier? Ich würde gerne ein paar Orens verdienen. Beim starken Numa kannst du eher welche loswerden. Hm. Du bist ein Dieb? Ich schlage im Armdrücken jeden. Kostprobe gefällig? Hm. Investieren wir jetzt nochmal 100 Gold, um das auszuprobieren? Oder vielleicht... Ich würde mal sagen, wir behalten uns das nochmal vor. Wir gehen erstmal durch die Stadt und vielleicht treffen wir noch jemanden, der uns dazu... ... dazu irgendwas verrät. Dass das nicht mit rechten Dingen zugeht, das... ... habe ich gleich gemerkt. So gut konnte er gar nicht sein. So. Wir gucken hier mal rein. Oh. Verdammt. Äh. Hey, pass doch auf. Was ist denn hier los? Shit. Falsches Schwert. Verabschiede dich vom Leben. Ich wollte hier eigentlich... Okay, man muss hier ein bisschen aufpassen, weil das sind offenbar die... Aha. Die Unterkünfte der einzelnen Fraktionen, so wie es aussieht. Das war aber jetzt nicht mein Ansinnen. Ja, vielleicht sollte man hier anders verfahren, was die Häuser betrifft. Das scheint mir doch hier alles ein bisschen gefährlicher zu sein. So, die Katze ist ja putzig, die lassen wir mal leben. Geht sie hinten noch irgendwo weiter? Ja, möglicherweise... Ne. Art wird hier nicht helfen. Hier kommt man vielleicht weiter, aber ich... Ah, okay. Da kommt man möglicherweise in diesen gesamten anderen Bereich ein. Und das ist quasi der Eingang oder Ausgang zur Stadt. Pass mal auf. Wir durchsuchen nochmal. Wir gucken mal, was wir hier noch vielleicht Interessantes finden. Vielleicht ja irgendwelche spannenden Hinweise. Ansonsten nur billige Schwerter. Was ist da in den Tun drin? Gar nichts. Die sind nur zu zierde. Ja gut. Dann hat das jetzt hier zwei mehr oder minder unschuldige Opfer getroffen. Hm. Okay, also... Aber... Ah, wisst ihr was? Natürlich. Hier war ja auch eine Flagge dran. Das hätte ich mir ja auch gleich denken können. Alles klar. Und hier unten... Da ist auch eine Flagge. Die Frage ist, gehört die Flagge zu der Tür? Nein, die gehört bestimmt zu dem Hauptquartier da unten. Dann gehe ich da jetzt nicht rein. So, wen haben wir denn hier? Ah, der unglaubliche Lockhart. Na. Na, wie sieht's aus? Du bist entweder unaufmerksam oder ungehobelt. Ich dachte, ich könnte Freunde aus früheren Tagen treffen, mit ihnen reden, in Erinnerungen schwelgen. Aber alle wenden sich von mir ab. Ich bin Luft für sie. Zauberer sind nicht unbedingt für ihre Höflichkeit berühmt. Wem sagst du das? Sie haben mich unter fadenscheinigsten Vorwänden aus Ban Art geworfen. Vermutlich habe ich zu oft gegen den Rektor gewonnen. Jetzt haben sie mich vergessen. Und mir reicht's. Ich verzichte auf meine Bücher und Amulette. Ich will mit den Zauberern nichts mehr am Hut haben. Ich werfe mal einen Blick drauf, wenn du gestattest. Von mir aus kannst du diverse Blicke draufwerfen. Okay, aber er ist ja auch der Würfel-Champ. Und wir können ihn nach der wilden Jagd fragen. Auch interessant. Die wilde Jagd interessiert mich. Hast du etwas Passendes? Lass bloß die Finger davon. Die wilde Jagd ist noch keinem bekommen. Ich muss aber erfahren, weshalb die Geisterreiter Menschen entführen und was sie mit ihnen machen. Zu diesem Thema wurde noch nichts schriftlich festgehalten. Aber etwas anderes fällt mir ein. Was denn? Im Untergrund von Lok Muin gibt es wohl ein Schwert, das mal einem Elfen aus einer Parallelwelt gehörte. Und das ist noch da? Es ist gut versteckt. Ein paar Magier suchen es nach wie vor. Es heißt, wer es besitzt, versteht die wilde Jagd. Was immer davon zu halten ist. Spannend. Okay. Wir gucken erstmal, was er zu verkaufen hat. Auch er. Aufgaben und Ziele der Loge. Auch er hat die üblichen Zutaten. Auch er hat Grünschimmel im Übrigen. Also jetzt ist es überall plötzlich da. Es war definitiv nicht kaufbar. Er hat Runen. Aber die können wir ja inzwischen selbst herstellen. Ja, alles mögliche. Gut ausgerüstet. Ausgestattet. Sogar er hat Wolfs Aloe. Ich fass es nicht. Na gut. Das ist weniger spannend. Aber wir wollen den Würfelkampf nicht vergessen. Ich habe Lust auf ein Würfelspiel. Spielen wir? So, er ist jetzt der absolute Champ. Mal gucken, wie viele Versuche ich benötige. Okay. Wir sind kurz vor einer Straße. Während er schon einen Dreier hat. Das heißt, wir gehen mal volles Risiko. Und versuchen mit der Eins eine Zwei zu würfeln. Das brauchen wir jetzt. Und es wird leider nur eine Drei. Und damit haben wir verloren. Der unglaubliche Lockhart ist unbesiegbar. Ich merke das schon. Ich werde es natürlich noch mal probieren. Ich schalte euch dazu, wenn ich am Gewinn bin. Ja, und das ist sogar schon im nächsten Versuch gewonnen. Ihr seht es hier mit einem Vierer. Ja, wunderbar. Dann bin ich mal gespannt, wie er darauf reagieren wird. Mich hat noch keiner besiegt. Du schuldest mir Geld. Oder den Gegenwert in Waren. Such's dir aus. Ja, was hat er dann zu bieten? Zeig mir, was du hast. Ich kann dir Ruhnen für Schwertaufwertung geben. Eine Aufwertung für die Rüstung. Oder ein Schema aus meiner Sammlung. Ich würde sagen, wir nehmen eine Rüstungsaufwertung. Weil Runen können wir selber herstellen. Aufwertung eher nicht. Ich nehme die Aufwertung für die Rüstung. Bitte sehr. So, was hat er uns da gegeben? Gucken wir uns gleich mal an. Er hat uns gegeben, Aufwertung der Rüstung mit Runen. Bonus zum Zeichenschaden. Naja. Okay. Aber immerhin, die Sache haben wir erledigt. Vielleicht das letzte Mal würfeln. So. Ach, Silgrat ist hier jetzt. Okay, alles klar. Hugo, eine Konkurrenz für Rittersporn. Ein Anschlagbrett gibt es auch noch. Ich beschwere euch, entzagt der Magie. Stürzt die Türme. Zerschlagt die Kristallkugeln. Zerbrecht die Wünschelruten. Zerstampft eure Hüte. Verscheucht eure schwarze Katze. Die Fledermaus. Die Heule. Die Ratte. Und die Kröte. Er flippt, dreht die aus. Können wir ihn ansprechen? Nein, können wir nicht. Sie konnte man ansprechen. Fick dich selbst, Kreatur. Okay. Das hatte ich mir anders vorgestellt. Was ist mit den Herrschaften hier? Der Hexer. Ich will mit dir nichts zu tun haben. Grüß dich. Okay, das sind alles Magier. Interessanterweise. Ich bin Geralt. Brass von Banard. Ich kenne dich noch aus Tannet. Hat dich auch in Ochsenfurt gesehen. Offenbar begegnen wir uns nur auf elfischem Boden. Vielleicht. Aber dich führt sicher nicht das Verlangen her, mit mir über Elfenruinen zu reden. Hm. Ich brauche eine Waffe. Das... Das bezieht sich möglicherweise auf das Schwert, von dem wir gehört haben. Eigentlich wende ich mich an dich als Waffenkundigen. Ich bin kein Fachmann. Du bist der beste Schwertschmied unter den Zauberern. Dabei interessieren mich eher die materiellen Kulturschätze anderer Rassen. Ich brauche einen soliden materiellen Kulturschatz. Für meine Faust. Ich kann mir denken, dass es da zwingende Umstände gibt. Hm. Okay. Gut. Mal sehen. Was wir tatsächlich benötigen, ist ein deutlich besseres Silberschwert. Das ist unsere größte Schwäche. Aber erstmal fragen wir auch hier noch nach der wilden Jagd. Ich interessiere mich für die wilde Jagd. Sie ist ja neugierig. Kannst du mir helfen? Jagen gehört nicht zu meinen Steckenpferden. Danke. Er weiß nichts. So. Dann gucken wir mal, was wir bei ihm zu kaufen bekommen. Also, beziehungsweise wir sollten erstmal selber verkaufen. Und zwar. Ach, dieses schöne Gewieh hier. Es tut so weh, das zu verkaufen müssen wir wahrscheinlich auch nicht. Ich werde erstmal das hier alles verkaufen. So. Das haben wir ja auch abgelegt. Das heißt, das kann alles weg. Selbst Seldkirks Rüstung kann weg. Okay, das ist aber ein Questgegenstand. Gut. Danke, dass du mir das nochmal sagst. Die Harpien fallen wollen wir eigentlich auch nicht. Aber die bringen uns auch nichts ein. Und der Rest ist auch erstmal egal. Außer natürlich Gerümpel. Das kann sofort weg. So. Jetzt auf die andere Seite. Was hat er denn hier? Ach, das haben wir ihm natürlich jetzt alles verkauft. Toll. Stahlschwerter hat er. 35 bis 40. Das ist ja fett. Nur wie gerade er schwer. 1500. 39 bis 43. Mit zwei Slots. Nicht übel. Könnten wir uns sogar leisten. Hm. Kurvierschwert. Aber da gefällt mir das noch ein bisschen besser. Okay. Kann man sich merken? Das ist das, was wir ihm verkauft haben. Dann. Hat auch er eine Vran-Aufwertung. Okay. Interessant. Und was hat er denn noch für Schemata? Aha. Da sind die Blatt. Das wären jetzt gute Silberschwerter. Exzellente Silberschwerter. Die könnten wir auch sofort herstellen, wenn ich das richtig sehe. Und was ist das? Sirikantament? Was ist das für ein Schwert? Ist das auch ein Silberschwert? Das ist ja noch mal deutlich besser. Was brauchen wir dafür? Diamantstaub haben wir? Drachenschuppen. Okay. Da. Das ist auch so ein bisschen so eine Sache. Man ahnt schon bei den Zutaten, gegen welche Monster man noch kämpfen wird. Das Spiel spoilert sich hier selbst. Und wenn wir an einen Drachen denken, ahnen wir vielleicht auch schon, was für ein Kampf es werden wird. Ach Gottchen. So. Okay. Dann werde ich erst mal das andere herstellen. Ich gucke bloß, was ich haben will. Schaden gegen diverse Monster. Bonus zum Zeichenschaden. Interessiert mich eher nicht. Das ist ganz gut. Adrenalinzunahme bei Treffern finde ich gut. Und das bringt Chance auf sofortige Tötung. Plus 2%. Finde ich nicht so toll. Dann nehmen wir dieses hier mit gelbem Meteorid. Wir brauchen Diamantstaub, Amethyststaub, Eisenerz, Silbererz. 14 mal Silbererz. Okay. Das ist ein Problem. Das heißt, wir brauchen 7 mal Silbererz noch. Aber ich denke, das Schema können wir schon mal einkaufen. Hat er denn Silbererz? Ja. 4 mal. Das reicht aber noch nicht. Da werde ich jetzt mal alle 4 kaufen. Und wir brauchen dann weitere Handwerker, die uns irgendwas verkaufen. Können wir aber auch noch das andere fragen? Nee. Okay, alles klar. Na gut. Pass auf dich auf. Mach ich. Was trotzt du denn so? Ich bin dem Gestank gefolgt und dachte, es wäre scheiße. Aber es sind ja redanische Hunde. Was? Du Bastard. Brauchst wohl ein paar redanische Hundebisse. Auf ihn! Okay. Das ging ja schnell. So sind wir auch noch nicht in der Prügelei gekommen, oder? Was ist hier los? Ruhe! Oh, ich glaube wir kommen auf andere Art und Weise ins Gefängnis. Nichts von Bedeutung. Ein kleiner Zank. Den ich als Angriff auf einen Vertreter des Königreichs Redanien verstehen könnte. Verdammt. Könntest du. Und was würdest du dann tun? In den Kaker mit dir. Da kühlst du ein bisschen ab, dann sehen wir weiter. Für diese kleine Schubserei soll ich das Verlies mit Philippa Eilhardt teilen? Na, Unmenschen sind wir nicht. Eine kleine Spende an den Orden und dein Ehrenwort, dass sich das nicht wiederholt? Bußgeld und Ehrenwort oder Kerker und Zauberin. Hm. So ist es. Hör zu, Herr Ritter. Entweder du verhaftest mich jetzt, oder ich breche hier ein Krawall vom Zaun, gegen den die Schlacht von Brenner wie eine Rangelei wirkt. In Ketten legen den Irren. Ab ins Verlies. Okay, gut, dann ist es so. Eigentlich habe ich es anders geplant. Aber nun... Du? Hier? ...treffen wir auf diese Art und Weise auf Philippa. Ja, Philippa, ich hier. Ah, okay, wir können uns bewegen. Ganz kurz mal. Ach, wir können nicht die Umgebung prüfen. Weil wir nicht an unser Amulett kommen. Alles klar, dann sprechen wir mit ihr. Was tust du hier? Es ist gar nicht so leicht, Philippa Eilhardt in Fesseln sehen zu können. Mal sehen, ob du neben mir auf dem Schafott auch noch so ein Großmaul bist. Im Gegensatz zu dir habe ich nichts getan, wofür sie mich aufs Schafott schicken könnten. Für sie bist du ein Königsmörder. Ich versichere dir. Radovids Henker sorgen dafür, dass du dich zu allem bekennst. Sogar zum Sex mit Trollen. Radovids ist kein Idiot. Er weiß, dass ich unschuldig bin. Außerdem schuldet er mir noch einen Gefallen. Radovids ist Politiker. Er will sich der Welt gerne als Rächer der getöteten Könige zeigen. Er wird zuvor erfahren, was du in Wergen getan hast. Ich habe den Rebellen geholfen und damit hänselt geschadet. Das ist das Wichtigste. Radovids hat die Oberhand. Seine Stimme ist bei den Verhandlungen entscheidend. Und das verdankt er unter anderem mir. Wie konntest du dann hier landen? Muss ein Missverständnis gewesen sein. Das ist wirklich interessant. Wo sie doch irgendwie alles zu kontrollieren scheint. Was ist hier passiert? Wusstest du die ganze Zeit, dass Saskia ein Drache ist? Ich hatte den Verdacht schon lange. Gewissheit wurde es erst, als sie vergiftet vor mir lag und ich sie untersuchen konnte. Ich habe das Rezept für das Gegengift gesehen. Kein Wort von einer Rose der Erinnerung. Tja, treue Verbündete sind wertvoll. Und die Rose der Erinnerung hat große Macht. Gegen diesen Zauber kann selbst ein Drache nichts ausrichten. Dann ruf sie zu Hilfe. Die Meritium blockiert alle magischen und telepathischen Kräfte. Da kommt jemand. Eure Majestät. Lange habe ich darauf gewartet. Du hast Redanien so plötzlich verlassen, dass ich dich nicht gebührend verabschieden konnte. Majestät, ich begreife nicht, warum ihr mich habt einkerkern lassen. Was ich tat, diente Redanien. Ich habe die Rebellen unterstützt und Hänselt geschwächt. Ich habe für euch meinen guten Namen riskiert. Ich bin kein kleiner Junge mehr, der dir jedes Wort glaubt. Was soll das, Radovit? Ich habe dich in den schwersten Zeiten unterstützt. Du wärst nichts ohne mich. Ich verstehe dich nicht. Du verstehst mich ganz genau. Du hast gegen meinen Vater intrigiert und auch gegen mich. Der Redanische Hof hat vor der Allmächtigen Philippa Eilhardt gezittert. Nein, Majestät, das ist nicht wahr. Lasst mich erklären. Was wirft man mir vor, Majestät? Gesandter! Triss Merigold war so freundlich, uns die Mitgliederliste einer geheimen Organisation, genannt die Loge, anzufertigen. Darin vertreten waren auch Zauberinnen aus Nilfgaard. Aber um die musst du dir keine Sorgen machen, Herrin. Triss! Du bist verrückt! Ihr habt Demavent und Volltest umbringen lassen. Ich vermute, dass du auch bei der Ermordung meines Vaters die Finger im Spiel hattest. Und wärst du nicht in die Meritium gefesselt, würdest du jetzt mich töten. Aber jetzt ist Schluss, Eilhardt. Wir machen dir da formhalber den Prozess, aber du weißt, dass du am Ende bist. Du wirst wegen Verschwörung, Verrats und Königsmords verurteilt. Du wirst gehäutet und landest auf dem Scheiterhaufen. Ich habe deine kalten Blicke im Rücken schon immer gespürt. Mir ist nicht entgangen, dass meine Untergebenen meine Befehle erst mit deiner stummen Zustimmung ausführten. Der gesamte Hof in Dreiberg hat zugesehen, wie du mich erniedrigt hast. Ganz Redanien hat mich ausgelacht. Weißt du noch, dass du mich gelehrt hast, den Blick der Leute zu halten, bis sie wegsehen? Kein König kann sich Schwäche oder Unentschiedenheit leisten. Deine Worte. Ich bin mittlerweile perfekt darin. Du warst der einzige Mensch, den ich nicht unterwerfen konnte. Jetzt nutzt deine Chance, dein Leiden zu verkürzen. Bekenne dich hier und jetzt in Anwesenheit des Gesandten zu deiner Schuld. Sieh mir in die Augen, bereue und ergib dich. Wie du willst. Henker, stich ihr die Augen aus. Ihr macht einen großen Fehler, König. Oh mein Gott. Ernsthaft? Oh wow. Oh wow. Wir sprechen uns noch, Hexe. Ach du Schreck. Ich wollte es nicht glauben, als man mir sagte, Geralt von Riva säße in meinem Kerker. Der Geralt, den ich kenne, hätte sich nicht fangen lassen. Ich wollte gerne eure Kerker besichtigen, Majestät. Was ist denn so interessant daran? Die Gäste. Entschuldige, dass die Gesellschaft so schlecht ist. Zum Glück wird Eilhard uns schon bald verlassen. Ich bitte um Gnade. Nicht für mich, sondern für Triss Merigold. Der Gesandte Fitz Oesterlen hat sie. Ich weiß. Aber Schillard wird euch doch einen Gefallen nicht abschlagen, Herr. Es kann sein, dass ich Nilfgaard um weitaus Wichtigeres bitten muss, so leid es mir auch tut. In dieser Stadt entscheidet sich das Schicksal ganzer Völker. Individuen sind da nicht relevant. Der Gesandte von Nilfgaard sprach von einer Organisation der Zauberinnen. Wie es sich fügt, interessiere ich mich für die Pläne dieser Loge. Die Pläne der Loge dürften völlig uninteressant sein, weil diese Organisation in Kürze nicht mehr existiert. Nichts gegen dich, Hexer. Aber du bist von einem ungebetenen Gast zu einem unbequemen Zeugen geworden. Okay. Ich nehme an, ich werde eure Kerker noch gründlicher kennenlernen. Vor Abschluss der Verhandlungen kommst du hier sicher nicht heraus. Wenn ihr glaubt, auf die hätte ich Einfluss, überschätzt ihr mich, König. Politik ist ein kompliziertes Puzzle. Jedes Teil kann wichtig sein. Oder nutzlos. Lokmuin ist ein Ort des Umbruchs. Und diesen Umbruch führe ich herbei. Ein zweites Tanet wird es nicht geben. Bald wird offenbar, wozu der König von Redanien fähig ist. Es ist Zeit für die Verhandlungen. Radovid ist begabt, aber zu jung. Er begreift noch nicht, dass nur Tote wirklich schweigen. Weil Redanien Nilfgaard einen Gefallen tut, helfe ich dem König. Okay. Will er uns jetzt umbringen? Lass Triss frei. Da müsste ich dumm sein. Wenn es einen Ort gibt, an den wir uns nach diesem irdischen Jammertal begeben, trefft ihr euch dort bald. Du erlaubst doch, dass ich dem redanischen Henker zuvor komme. Was für ein Gefallen ist denn das? Mir kannst du's sagen. Tote plaudern ja nichts aus. Das stimmt. Aber ich bin vorsichtig. Ich verspreche dir, wenn du kalt bist, erzähle ich es dir in allen Einzelheiten. Schade, dass du das nicht mehr erlebst. Lok Muin wird eine große Überraschung. Für die Magier und die Könige. Niemand mag es, wenn andere für ihn entscheiden. Schon gar nicht der König. Du bist gefährlich, Hexer. Und zu unabhängig. Einst wird Radovid mir dankbar sein. Und nicht nur er. Tötet ihn. Aber Vorsicht vor seinen Zauberkünsten. Halt ihn fest, Hart. Jawohl. Das kann doch. Ohne Rüstung. Nimm mich hier raus. Zuerst beantwortest du mir ein paar Fragen. Puh, okay. Ist das wahr, was Schillard gesagt hat? Über die Loge und die Königsmörder? Schillard hat gesagt, was Radovid hören wollte. Halbwahrheiten ohne Zusammenhang. Praktisch hat er gelogen. War Trist daran beteiligt. In der Hinsicht ist sie unschuldig. Allerdings war sie dir gegenüber in vielen Dingen unaufrichtig. Das kannst du mir glauben. Und wozu das Ganze? Welches Interesse habt ihr daran, Könige umzubringen? Hilf mir hier raus. Dann erkläre ich dir alles und helfe dir, Saskia zu entzaubern. Nimm mir die Fesseln ab und bring mich in mein Quartier. Ich flehe dich an. Ich sage dir alles. Alles! Tja, also das ist ja wirklich... Also erstens ist die Frage, ist die gesamte Loge verantwortlich für diese Königsmorde oder war das eine Einzelaktion von Schillard? Das ist noch unklar. Interessanterweise ist Radovid ja auf der richtigen Spur. Insofern kann man ihm das gar nicht verübeln. Die Frage ist, ob er recht hat, dass er sich gegen die gesamte Loge wendet oder ob er da zu weit geht. Wir fragen noch mal ein bisschen. Sie hält mich einfach für den wunderbarsten Menschen der Welt, als wäre sie verliebt. Und sie ist weiterhin im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte, ihres bezaubernden Charakters, ihrer Schlagfertigkeit, ihrer Würde. Wo ist sie denn jetzt? Als ich verhaftet wurde, war sie bei Sheila. Sie wollten zu den Verhandlungen gehen. Sheila, natürlich. Da haben wir ein Problem. Ich habe keine Zeit. Warum nicht? Musst du dich an einer blinden Frau rächen? Schillard sagt, sie haben Triss. Ich muss sie befreien, bevor sie ihr die Augen ausstechen, wie dir. Eine Expedition ins Lager von Nilfgaard ist glatter Selbstmord. Einen Freund im Stich zu lassen, ist glatte Niedertracht. Nur ich weiß, wie Saskia entzaubert werden kann. Hol mich hier raus. Wenn ich umkomme, ist ihr nicht zu helfen. Tja, ja. Das ist jetzt eine schwierige Frage. Ist das jetzt eine alternative Wahl? Die Frage ist, hat das noch Zeit mit Triss? Ist uns Triss wichtiger als Saskia? Ich glaube, Triss ist uns wichtiger, oder? Das hat Saskia deiner Bosheit zu verdanken. Du verdienst den Tod. Du könntest Triss auch dann nicht befreien, wenn du es zu ihr schafftest. Ich tausche Schillard gegen Triss. Was wird Jorvet dazu sagen, dass du Saskia im Stich gelassen hast? Grübel du lieber, was Jorvet mit dir macht, wenn er dich kriegt. Eine Blendung dürfte ihm nicht reichen. Du meinst wohl, Merigold ist eine Heilige? Du bist die Falsche, um über sie zu urteilen. Adieu, Eilhart. Okay, wow. Zack, zack, Gesandter. Das ist doch absurd. Was willst du eigentlich? Triss treffen. Wie bist du hier reingekommen? Leg das Schwert weg. Erst wenn ich dir die Kehle durchgeschnitten habe. Es liegt bei dir. Es gibt da einen Tunnel. Dann führ mich. Okay, krass. Was für eine Entwicklung. So plötzlich. So dramatisch. Eigentlich hatte ich überhaupt nicht geplant, jetzt hier schon im Keller zu sein. Aber manchmal passiert das eben. Und ja, das war jetzt wirklich eine schwierige Entscheidung. Aber Philippa und Saskia, ich glaube, sind uns wirklich nicht so viel wert. Zumal wir die gesamten Zusammenhänge ja immer noch nicht verstehen. Und deswegen die Abwägung auch sehr, sehr schwierig ist. Nun ist es entschieden. Wir versuchen jetzt hier Triss erst einmal freizupressen. Ich bin gespannt, ob das klappen wird. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin macht's gut. Euer Steinwall. Ich bin gespannt, ob das klappen wird.